Und damit wieder willkommen, willkommen zurück, zurück hier bei Borderlands Frau Lück und einer Menge Beute, Beute, Leute, Leute, wir gucken uns die Beute mal an, die wir gemacht haben und müssen immer noch, nachdem wir uns 58 Dollar aufgehoben haben, ach, das ist ja Käse, sowas nehmen wir gar nicht mit, ja auch Quatsch, alles leer, wieso ist denn das leer, weil ich das alles schon mal geplündert habe, stimmt's? Irgendwas brennt hier, irgendwas brennt hier, hört man das? Nee, das ist manchmal zu leise, ne? Was soll man machen? Die Overlook Station Banditen natürlich entfernen von dieser Station Station, Präsident of United Station, sei ruhig, ich muss mal Sechen, Sechen ist Pinkeln auf Sächsisch, wer das noch nicht kennt, aber das ist egal. Was haben wir denn hier noch drin? Wenn das kein Geld ist, hätte es mich gewundert. Fahrersitz, bitteschön. Und weiter geht's nach... Oh, das ist echt weit. Obwohl, jetzt geht's ja, wir müssen bloß noch den Tunnel durch, so habe ich das Gefühl. Deswegen ist hier auch schon ein... Und jetzt müssten wir hier rechts. Und dann sind wir schon da. Also schon da, ist gut gesagt. Ja, genau. Huch. Wir müssen dann... Da ist noch eine Kiste. Ja, 26er. Aber die kommen immer in Massen hier. Wir fahren einfach erstmal weiter kurz. Und schauen uns mal... Hä? Komm. Ich kann jetzt nach Hause gehen. So, Matschbirne. Ach, da ist noch einer. So. Schade eigentlich um die Munition. Hier müsste es sein. Ich will aber vorher noch hier runterfahren und mir alles ein... Und das gibt's doch nicht. Komm. Schere dich. Du kleine Stückchen. Jetzt will ich aber aussteigen. Weil ich schieße rein. Muss man aufpassen. Die Jungs... Sind nämlich ganz schön... Empfindlich. So. Ich nehme lieber das Geld mit. Weil das habe ich ja auch irgendwo... Ja, verdonnert habe ich es nicht. Ich wollte doch an die Kiste hier. Komm, jetzt sind wir einmal hier. Jetzt können wir uns den Spaß auch machen. Äh, gut. So viel... Ups. War zu hoch. So viel Geld war das jetzt nicht. Und so viel Beute. Beute, Beute, Beute. Beute, Beute, Beute. Aber 99 Dollar. Sind 99 Dollar. Und dort liegt ja immer noch was rum. Was mir gehört. Das gehört mir. Genau. So. Und jetzt... Werden wir wieder hochfahren. Und es könnte bald mal wieder hell werden. Und ich habe lange kein Facework benutzt. Fällt mir gerade ein. Und diese Station ist definitiv hier. Und wir werden uns... Hier. An dieser Station. Pulle kann ich nicht nehmen. Ach so. Kann ich auch nicht nehmen. Wir gehen mal hoch, was es da gibt. Vielleicht haben wir da einen Überblick. Hier unten ist noch ein Kotzhaufen. Aber im Moment sind Kotzhaufen eher weniger das Problem. Wie man sieht, meine Munition ist voll. Aber komplett voll. So. Was sehe ich hier? Ist da diese... Ja. Da hinten ist die Station. Also das sollte echt kein Problem sein. Theoretisch. Ich habe jetzt diesen over super duper Revolver. Wir gehen mal rein und schauen es uns an. Ich sehe noch niemanden. Nein. Noch ist niemand da. Hallo. Jemand zu Hause. Da. 26. Gut. Kein Ding. Wo war denn die Kiste hier? Ist wieder alles voll. Meine Fresse. Ich müsste mir mal ein besseres Speichardeck besorgen. Aber die sind so schweine schweine teuer, muss ich sagen. Hier ist niemand. Das ist doch hundertprozentig eine Falle. Die wollen mich doch... Ich nehme zumindest das Geld. Ist wenigstens das Geld, wenn du schon das Gemüse nicht magst. Frau Lück. Hey, der hat gar nichts mitgekriegt, der Typ, hä? Tja. Die Waffe ist super. Die will ich behalten. Ja. Das war der einzige, der hier rumschlabenzelt, oder was? Na, da soll mir recht sein. Ne, da ist noch einer. Okay. Wir machen jetzt eine Granate mal hin. Mal gucken, ob die was bringt. Und ansonsten nehmen wir mal das... So. Zwei Schuss könnten helfen. Oh, was konnte ich denn hier wegnehmen? Ach so. Das Geld. Ach, das bist du abgehauen, du Sack. Nimm mal Säure. Das stimmt. Das hilft wirklich. Hier ist eine schöne Waffe noch. Wo ist der Typ? Gut, ihr seid Level 26. Hier, nimm Säure. Oh, ich muss mich kurz, kurz verstecken. Au. Wieso stirbst du nicht? So, Pistolenkenntnisse sind auf... ...gutem Niveau. Jetzt muss ich kurz... kurz warten, dass mein Schild wieder oben ist. Ha, ha, ha. Kopfschuss. Oh. Level 27. Oh, das könnte reichen. Das könnte reichen. Der ist gleich platt. Jawohl. Stirb, stirb, stirb. Brennen musst du. Der ist voll. Das ist Quatsch. Ja, das nehmen wir mal, die kleine Pulle. Haben wir es nicht so schwierig. So, Jungs, das war es schon. Lächerlich. Was ist denn das für eine? Ach, für ein Tausender. Komm, die lassen wir gleich liegen. Was mich ärgert ist natürlich, es gibt Waffen ohne Ende. Wie hier zum Beispiel. Das sind wieder super Waffen. Und ich muss jetzt wieder irgendeine... Oh. Oh. Leck mich am Arsch. Die will ich haben. Oh. Ha. Da schmeiße ich irgendwas weg. Aber irgendwas schmeiße ich weg hier. Was kostet nix hier? Das. Ha. Die. Ah, die gefällt mir aber. Aber die ist nur 2000. Was ist denn das Billigste hier? Was habe ich denn als billiges... Billigen Scheißentreck? Hier. 1000. 1400. Weg. Ne, wollte ich doch gar nicht. Warte mal. Wo ist denn die jetzt hin? Die blöde Waffe. Was ist denn jetzt? Nochmal zu. Kann ich die jetzt nehmen? Ne. Mist. Wo ist denn diese... Das ist doch diese komische Sniper. Ich schmeiße die doch mal weg. Hier. Und nimm doch mal das schöne Stück. Hier. Ah. Nimm es. Ja. Ja. Ah. Schön. Frau Lück freut sich. Ah. Was haben wir denn da? Ach. So ein Schnulli-Bulli brauchen wir doch gar nicht. Ach ja. Eine Eridien-Waffe. Ach. Das ist so schön. Die wollte ich schon immer haben. Ach. Wir blündern erstmal alles weg hier. Bevor wir diese riesen schöne... Ach. Hier. Komm. Hier gibt es bestimmt noch Geld. Und hier auch. Das war eine leichte Mission. Oh. Noch eine Waffe. Oh. Die will ich auch haben. Deswegen. Deswegen. Schmeiße ich weg. Und zwar die hier. Wegwerfen. Und diese nehmen. Jawohl. Ist zwar alles für Level 28. Ist aber kein Problem. Dadurch, dass wir jetzt gleich Erfahrungspunkte bekommen werden. Ohne Ende. Ohne Ende im Gelände. Ja. Gib mir mal alle meine Munition wieder. Ich habe es mir verdient. Hier. Ach. Alles voll schon wieder. Noch ein kleiner Kotzhaufen. Auch voll. So. Ah. Mensch. Das reinste Paradies. Man könnte hier Munition... Wenn ich Munition verkaufen könnte. Das wäre toll. So. Jetzt bin ich aber gut ausgerüstet. Da hinten ist ja schon wieder ein... Ein... Oh. Ein Kistchen. Gut. Aber. Auf geht's. Ach. Jetzt muss ich es noch abliefern. Dann müsste ich nach New Haven gehen wahrscheinlich. Okay. Jetzt gucken wir hier noch. Nee. Nee. Und jetzt? Was habt ihr Schönes? Komm. Oh. Ich wäre blöd. 16.000er. Alter. Muss ich hier was... Warte. Dann muss ich was tun. Die kann man nachladen. Die war gut. Die weiß ich gar nicht mehr. Die war auch gut. Ach Mist. Und das hier? Nee. Das ist Blödsinn. Aber die müsste ich... Die müsste ich mir einverleiben. Dafür muss gehen. Du nicht. 29 mal 12. Komm. Wir schmeißen die mal weg. Und haben da... 29 mal 12. Und die andere. Die bringt aber mehr. Komm. Wir nehmen mal die. Die hat echt Bums. Würde ich sagen. Die hat echt Bums. Ich wäre schon wieder wahnsinnig hier. Das kann doch nicht sein. Wir werden diese mal ausprobieren. Welche war denn das? Diese Shotgun hier. Die mit... 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 Der hier. Okay. Ich will ja bloß wissen, ob es was bringt. Wo ist sie? Die gute? Ist das die hier? Ach, da kann man sogar zielen. Oh, okay. Und weh, die ist Mist. Dann hätte ich die andere gerne behalten. Ach, das ist eine Scheiße. Ist das aber auch. Und jetzt müssen wir wieder zurück. Zu... Ähm... Wo müssen wir denn hin? Ich denke mal... Ja. Wir können direkt nach New Haven reisen. Wenn wir hier ein Schnellreisesystem irgendwo finden. Sollten wir das nutzen. Das mit den Waffen macht mich wieder wahnsinnig. Entweder es gibt gar nichts. Oder es gibt wieder tausende. Da ist auch noch eine Kiste. Mensch. Was liegt denn hier alles rum? War da oben nicht noch irgendwas? Ach, ich kann das alles gar nicht tragen. Das überfordert... Überfordert... Das überfordert mich jetzt. Echt? Ja. Da oben waren wir schon. Wir werden mal gucken, wo hier eine Newsstation ist. Irgendwie. Was ist denn das da? Ach so, das haben wir schon geplündert. Das haben wir auch schon geplündert. Guck mal. Da ist doch so eine Station, wo wir reisen können. Ja. Oh nein. Mensch. Endling. Ach, wenn man einen tötet, kommt gleich immer fünf andere, habe ich das Gefühl. Ah. Da gibt es Geld. Auch fürs Überfahren. Plupp. Ja. Für einen kommen zwei neue. Hier, guck mal. Das hört nicht auf. Das ist so viel Geld dort, was dort liegt. Das könnte ich aber, wenn noch einer kommt, eigentlich auch mal meine Waffe probieren. Oh, schön. Oh. I love it. So. Wo können wir denn hier reisen? Ne. Das ist die... Stützschuhe. Ha. Ich wollte was verkaufen. Ja. Ja, du hast recht. Ne. Die nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Brudel-Loch. Hab ich irgendwas Weißes noch? Ne, ich hab nichts Weißes. Aber ich wollte hier was Säuremürf. Das ist gut, das behalten wir mal. Was hat denn das? 15... Ne, das ist Quatsch. Das können wir verkaufen. Was haben wir hier noch? Gummierte. Eine Gummi-Tante und eine Kontakt. Wir machen die Gummierte mal weg. Und der Longbow hat im Moment auch nicht mehr viel gebracht. Nehmen wir weg. Haben wir noch den Schock. So, was haben wir jetzt noch für Schilde? Die weg. Das ist eigentlich auch cool. Aber das brauche ich eigentlich nicht. Dann haben wir noch das hier. Hohe Kapazität. Und den Muskel mal mit dem Geschwindigkeits... Äh, mit dem Boost. Das auch weg. Und mit was sind wir ausgerüstet jetzt? Ja, 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 ja. Genau, mit dem Longbow war mal ausgerüstet. Oder wie? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Ja. Und diese Sniper... Die verkaufen wir dann, wenn es soweit ist. So. Was haben wir denn jetzt für eine Ausrüstung eigentlich? Wahrscheinlich. Aha. Hier fehlt nämlich das Granaten-Mod. Wusste ich es doch. So. Dann so. Okay. Prima. Jetzt haben wir wieder Platz. Oder? Ja. Schön, schön. Da können wir nämlich verschiedene Waffen mal ausprobieren. Ich würde sagen, wir reisen. Und wir sehen uns dann in New Heaven. Wieder. Bye, bye. Bis dann in den neuen Tos. Tschüss.